Hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde Minecraft Hunger Games, ich bin Scout und ja, beziehungsweise Hardware-Games, weil es heißt nicht mehr Hunger Games und hier sind voll wenige Dings, voll wenige Pilze, es hat Farming-Parker-Tee. Wo soll man hinrennen? Ich hab nur, ich darf jetzt Richtung 1. Ich hab 1 zu 6 Pilze. Okay, ne, weil ich konnte nicht rechtzeitig starten, weil meine Mutter mich nicht gestört hat, glücklicherweise. Geil. Also nehmt ihr jetzt mal. Ich bin Beastmaster. Hallo, ich bin gleich gegen den Rand. Nur ich nehm grad auf. Also mit dabei ist der Kuli333 und der Alessio583. Hallo. Wo seid ihr jetzt? Ich suche euch. Und hier ist ne Pyramide, lolololololol. Dazu sind Konaten. Also ich bin grad minus 150, minus 50 und rent grad Richtung, ähm, Richtung A1. Und ich geh in ne Pyramide rein. Ja. Und ich bin Beastmaster aus irgendeinem Kind. Jau, 8 Eisen schonmal, 3 Diamanten. Geil. 11 Eisen. Und. Jemand einmal. 14 Eisen und 16 Gold. Geil. Also seid ihr in der Wüste? In der Wüste. Weil ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr ein Wüstentempel ist. als junge die hunde ist doch nicht noch richtig der gleich komplexe oben ein gesagt wird in den nacht ein minus 215 27 ich wusste nicht dass ihr ein tempel ist ja genau schweinung der schwein ich rede richtig komplexe wenn die hunde mich da und socken gut ich ich krieg schweinig er und ich kann kurz mal weg so ich habe 18 pilsen äh kackteel meine ich jetzt suche ich mir erst mal einen baum ich kann das mal weg und suche mir auch einen baum voll geil wir spielen alle so irgendwie sind anfangs gegeneinander obwohl wir eigentlich interessieren kann ich kann gleich nicht mehr rennen ich kann nicht mehr rennen ich fände es geil wenn es ein kidgap mann keinen hunger verbraucht keine ahnung ich glaube ich sterb und irgendwie fettzack oder sowas boah ich brauche dings alter schweini helf mir ich kann nicht sprinten helf ich kann nicht helfen ich hab kein schwert ich hab auch kein schwert hat irgendjemand von euch wenigstens schweck dich guti ich schweck dich nice aber er kommt zu mir am besten geht es hier und dann bauen wir den baum ab ähm sag mal deine quartis wo du den baum abbaust ich brauche nämlich 380 1662 Alter meine hunde sind so dumm die rennen gegen den kaktus wie das war's äh da ich warte im riss ähm ganz viele sachen kraft für mich trägt ich eh also von daher könnt ihr noch sprühen ich hab auch anders in weiter nice ich komme zu dir boah wie auch so wie viel stuff ich hab also macht mir schon mal ein eisenschwert mach mir auch ein eisenschwert bitte oder du kannst dir ein eisenschwert machen ne schweine und ne eis und ne dir schaufel für mich so ich mach mir erstmal das oder wir machen einfach ne diamond pickaxe und bounce dann und ob die dieren ein machen wir das und machen wir ein paar bowls diese scheißköter neuer die türen dich gleich ich krieg er kommt man es ist auch nicht so aber xhd ist auf dem server Prozent so kommt mal her weil ich hab noch ganz viel ich hab noch neun gold neben dir bist du cool ich bin direkt neben dir bei wo sehe ich nicht oh hallo ich mach dir mal hinter dir hinter dir also oh mein Gott ich dachte schon ich mach euch beiden mal eisenschwerter ne so gut getan weil wenn man im texte pack ist das gras so krüge da und da Alessio da dein Dings und kommt ja auch noch Rüstung ja warte ich mach für ein von euch eine chestplate ich 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 bin der noob vom dienst hey kann ich jetzt noch zwei eisen haben hier so und hier zwei eisen und hier noch ein gold und für coolen diamant und jetzt gehen wir mal zum nächsten ich hab nur eine hotbar aber egal Alter wie der einfach eisenschwert snackt hat der Alessio da oben lauer 2 gar nix wo bist du denn eine hunde helfen oh du sagst ich geb dir noch ein eisenschwert ich hab mal eisenschwert sorry Leute ich hab jetzt zwei eisenschwerte Alter wir sind einfach beide so dumm und springen ins ein Loch rein ich wollte eigentlich grad in die Position switchen ja viel spaß so hi hallo der äh das ist das zweite du was ich da hoch oh easy pass auf einer Koffer nicht arbeiten könnte Poseidon sein so oh die wicke wie gute PvP hab ich das Gefühl boost mich mal warte ey du bist auch Scout oder Schweini jaja wenn du nicht willst oh der ist Poseidon pass auf der ist Poseidon ich weiß wirklich tot hier fick dich wie ist die noch zu mir gestanden man hä ach du hast du lol und warum hast du keine Pilzsuppen gegessen weil ich keine hatte lol ja denn sie haben zwei Pilze von jedem ok das war zum nächsten ja alter du bist du warum warst du Beastmaster ich kann dich da nicht boosten ich hab nicht Beastmaster genommen ich hab du warst Beastmaster ich hab's Beastmaster ja ich hab Beastmaster aber ich hab's for price genommen so ja alter ich werde einflussen da der wie ist also der wie ist also alter ne meinkel meinkel ok gib mal kakt den oh geil wie viele wie viele 23 hat er oh gib mir was gib mir was gib mir was gib mir die Hälfte ich glaub ich hab mir demnächst Pro damit ich auch immer respawn kann ne gib mir mal die Hälfte bitte ja ich hab dir die Hälfte gegeben leu ich bräuchte mal Dings äh Bowls Gold hier ja hier Bowls Bowls Eisenschwert ne brauche ich nicht wirklich aber nimm du das besser mal ne mal das schwert so komm ab zu Arvur irgendwas Arvur irgendwas was für ein Name ne 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 egal wenn es deswegen über den sie wirklich so heißen würde habe der die auch YouTube Channels wie bitte cooli du hast ja auch einen YouTube Channel oder so abonnieren abonnieren ne mein YouTube Channel heißt Manzana LP dann ist er bestimmt in der Beschreibung und ihr könnt dir mal vorbeischauen ja es ist bestimmt in der Beschreibung der Link vorbeischauen ist mein channel auch in der Beschreibung ja klar schenken und aus der sich etwas niemals den ausgang den anderen hat jeden immer für dich gebaut hat im eingang wenn ich niemand für dich gebaut hat wirst übrigens bei der wäcke ich bitte kommen ich rauszubauen ich auch nicht spitzhacken werden überschätzt aber auch keinen ich hab auch nix um irgendwie aus ich habe mit stört ja mach ich auch gerade schon bei texas und team mit tex weiß ich nicht wenn er team will dann team wir mit ihm tex team ich bin hier raus weiß ich nicht kann jemand ein holz bauen stein bauen abbauen wo ging es denn hier raus nach oben hier schaue da schiebs hand jahre 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 und ab zu diesen awusor oh das ist ein soms cool scout ist eigentlich richtig neites kit weil immer auch wenn ihr unter den speed 2 effekt seid dann komm her cooli dann ähm ey komm her komm her oh ja dann bekommt man keinen Fallschaden ne ich rennt zurück zum spawn ich auch was die 2 zu aus um auszuhaben weiter kann und ich besagt so so ein solcher den vollständig in den neuen und kommt auf Pilsen nur und dann sagt er der Kette 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 und auch Gatscher die sie Prozent für die vor allem bei uns altes Herz es sind nicht da dann werde ich gestorben Proof und das wird ich weiß es ist mein Hund Leuchttur also noch ein paar Besuppen ich habe mir zwei Hortbos er hat ein Ort war es fest und gehen und ob er sich was wir tun es auch um die erst bekommen der verkleckte und hohe und schaubigen vor dem abonnenten bei der zwei herzen ich bekomme schaden man hat man bekommt es zwei herzen falsche andau weil man bekommt wenn man es nicht zwei er ist nicht laut ich weiß haben er ist so kommst du auch Leute bis hier Leute oben Stau Katze hochtauern weil er auch gleich aber ich habe nur sechs Sekunden Speed 2 deshalb ist es nicht so schön noch 18 Sekunden oder hinten zwei Team Leute dass das Kecks und Volleyball er ist wir können uns was abgeben ok dann Leute gibt mir sogar was oh nice oh dreckliche eigene Werbung wo er doch aufnimmt ja back keke eigen 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 message kecks password ist minecraft warte eine bar what the fuck äh was redest du ach so der hat eine bar von sop ich dachte wir müssen das morgen nicht morgen machen und ich dachte ich hatte auch schon da hinten ist einer, 2 Team Telefon bei mir Schweine hat den Geingang klingelig hohn bisschen gebackt mein Gott oh man geht mir, wir das time uns aber auch was ist grad passiert? ja ja ja, von wegen, er hatte eine Bar gehabt, ich hab mein ganzes Alter jetzt voll ja ja ja, von wegen von wegen, er hatte nur eine Bar oh ja, gib mir auch gib mir auch Rüstung Alter wie bitte von wegen, er hatte nur eine Bar, Alter von wegen ja, gib mir bitte Eisenhahn, ich von dir ja, aber von wegen, er hatte nur eine Bar ja, der hatte fast voll inventory ich denke, der hat es sogar voll inventory gib mir mein Wasser, einmal ein Wasser, einmal ja, hier kannst du sagen ich hab schon ein Wasser, einmal die hast du grad von mir bekommen ne, ich hab zwei Wasser, einmal schon, ja ich schmeiß das schon weg gib her ich hatte full inventory und sagte, er hat nur eine Bar ja, er wollte MLG machen mit Phantom ja, wahrscheinlich hab ich gerade aufgenommen, ist so bitter, ne mal auf dem Stopper vielleicht vorsichtig sein, wenn man nicht so viel FPS hat oder es nicht jedes Jahr schafft ich hab 54, 50 FPS, passt eigentlich hm, ich hab 100, 20 FPS das erste Mal und du nimmst auf? ne wenn ich aufnehmen würde, hätte ich 30 FPS Alter, ich wollte ja eigentlich auch aufnehmen und dann hab ich vergessen, FRAPS zu starten hier, 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 hier ah ja, ich seh nicht wo ist er denn da unten, ne ich weiß ja, ich weiß ja nicht wo oh oh Junge, da unten ist er, ich seh ihn, komm auch runter äh, MLG oder, oh er ist wieder hochgegangen da G ту nach oben Europist oder die Minekottabschie das und dies ist ja verliebt so Rund ab nach oben Lötort Auguste jetzt sind WTF langweilige Runde aber egal ich glaube ich habe gehört und fast wohl Iron und Uncle Kegs dafür, weil du das Video siehst. So. Da oben. Bin wir noch im Tower? Ja, beginnt viel schon. Ist niemand, oder? Doch, 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 da oben ist einer. Das heißt, ich taue mich da hinten hoch. Ernst? Bist du nicht etwa für so einen einzelnen Piss, der sich da rumbewahrt, oder? Hätte ich jetzt einen Bogen, wäre es geil. Oh ja. Oh ja. Pass auf, da komm ich da schon zu stoppen, ne? Ja, ja, das ist wie gerade, Leute, wie weitbrot das ich denn, das eh warm oder so. Ja, pass auf. Ja, es ist egal. Und haust du dich nicht direkt unter der Plattform hoch? Was ich sonst im IT mache. Ich bin Stormpaar. Schön für ihn. Schön für ihn. Ob er das erworben ist. Okay. Ich hole mir jetzt mein Speed, denkst du, damit ich kein Fälscher anbekomme? Nichts. Siehst du ihn? Ja. Ich hole mir jetzt mein Speed. Ich lege ihn grad ab, ne? Wo ist er denn? Er stomped. Er ist runtergesprungen. Er ist runtergesprungen. Er ist runtergesprungen. Lol. Da wo ist er jetzt hin? ETF. Nee, der jetzt auch nicht runtergesprungen ist, ne, ich tötig. Doch, doch, das da hinten. Natürlich keine Speed, weil das so klar. Ja, das ist ein ganzes Zeug. Ja, ich tue ihn zurück. Ja, ich tue ihn zurück. Ich tue ihn zurück. Ich tue ihn zurück. Ja, ich tue ihn zurück. Ich tue ihn zurück. Du hast ihn nicht verwendet. Ja, ich tue ihn zurück. Immer so. Ich tue ihn zurück. Ja, ja. Und geil, Karotten. Ich muss noch mal innen, warte mal. Wir könnten ne Falle draus machen. Wo ist Fiest? Fiest ist bei... Es ist auf jeden Fall beim Spawn. 1684, nach da. Ne, nach da. Wie lange? So. So. So, ich mach gleich immer die Worte, Leca Pooh. Waaah. Elam Faye, yo. Hab feilsam bekommen. Wir sind uns viel zu weit gegangen. Das ist viel zu weit. Lol, da ist ja schon das Fiest. Oh, Joghme. Jetzt da ist wirklich die OP, wie heißt du noch mal? Poseidon da ist. Poseidon da ist, ja Poseidon da ist. Und der Wettbewerbte der Omo auf den Tor geblieben, ne? Das wäre kacke gewesen. Machst du mal weg. Was? Wasser. Kannst du, glaube ich, gar nicht wegmachen. Mach uns nach. Doch. So. Hallo. MLG. Alter. Hm, jetzt reicht's. Versuch einfach, das Wasser wegzumachen. Nimm einfach das Wasser und tust auf die andere Seite. Wie viele leben überhaupt noch? Du platzierst da immer Wasser hin, oder? Kann das sein? Nö. Leute, unendliche Wasserquelle. Äh, what the fuck? Jetzt. Coolie. Ja, ich leb noch. Ja, wie viele leben mit euch beiden noch? Äh, wir leben noch. Äh, what the fuck? Ein paar andere, ich weiß nicht genau. Jo, bei mir ist übel zu viel Lärm gerade. Ey, Junge, da ist doch kein Wasser dort. Ich glaube, da ist eine Spectre in deine... Hast du ihn gehört? Nee, aber ich habe gerade eben so... Laufpartikel gesehen. Also, dass ich mir das eingebildet habe. Ich glaube, ich brauche wieder Wasser. Oh. Oh, hab ich das da hochgeschüttet? Ah, jetzt hat man noch ein bisschen Sound bei mir. Wow. Oho. Ab mal hier nach oben. Bam. So, wir sollten vielleicht beim Peace bleiben. Was machen wir am Ende? Weiß nicht, mach mal einfach so, dass... Ich hab' keinen Bock zu fighten, na, Imagey Lake bei mir. Warte, was macht man dann also ohne fighten und ohne MLG? TNT Kanone. Ja, das ist doch MLG. Ja, das ist doch, ist so gut. Oho. Oder mach mal einfach nur, mach mal einfach beide TNT. Wenn man sagt, wie sie sie mitzututut. Ja, weil ich mich ja nicht wäre. Okay, gut. Easy Dormbo, oh, du wirst sicher voll. Du machst meine Russie kaputt, das finde ich nicht in Ordnung von dir. Der kleine Schweine, gleich weinen. Oh. Blapam, 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 blapam. Wir schaden zu. Abendetti mit sie gerade vor uns investigaciónen. Die macht das voll die Kundebäune. Ja, nee, auch, ja. Ach, mich, ba cert. Maio, ich respagan ja, leg fest phase. Easy Dormbo. Oh, easy Dormbo und ich glaube nicht so weggefasst. und sich das gestorben kutus schweigesegunde wir haben jetzt das einfach auf dem wasser zu messer auto gebrannt warum welche ja lass das wasser durch dort das passieren die generation ziel es ist und ender perle sieben feine man das vermeint ihr schwert hast und eisenhelm und ich hab ja schon vier städte wo geistert ich habe keinen doch da habe ich dann hingeworfen wo in der perle in der perle habe ich für mich nur ich geh die Tauere holen alle bei mir sieht insgesamt so viel Stärke aus oh das war Stärke stirb bei mir schaut so nicht viel Stärke aus weil ein bisschen die roten Partikel voll hell ich hab das Texture Pack von Stimpey drin ne, weil das ist das beste ein eigenes Texture Pack drin ich mach das sonst so viel ich mach den Zehnern eigenes Texture Pack kommt der Alizio wieder Alizio also ich brauche ein Feuerzeug und nen Bogen hab was vom Fees vergessen nein ne da Feuerzeug TNT ich brauch nämlich noch Dingschen Bogen, 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 bogen ich habe keinen Bogen hast du einen Bogen? Rendas dann spreng es in die Luft hast du TNT? ja hab ich klar schrengt sie in die Luft und ich nehme den Ed-Charping mit Uhhh yeah ich wollte aber selbst nicht mehr in die Luft sprengen da sagt dann, dass der Fees ist over nein das ist wo ich heiße der Fall gesprengt dort in die Woche da und besser kräftig er hätte ich gerade er so werft es mal hier so Kostgemüt Kassel und hier ist gemütet nur mein Headset er ist kundig spielt alter wie schnitt ach hast du es kaum glauben voranzukommen ich kann uns Kostkort defekt geben und wird wie viel Rüstung hast du heute und Skott Prozent zwei Sekunden mit V1 ja auch Kostos OP ich wurde letztens von Scouts weiter was getötet Astor Fass weil du aber nur weil die Augen weggegangen sind wenn du es ja genügendes gilt dass du nicht getötet wird von Skowdow Jo Neukau ist mein Speed-Effekt direkt wieder weg ökete über uns ist jemand das ist doch jemand da ist niemand da ist doch niemand doch da ist jemand jemand zu sein der Weltkompass das heißt dort sind so viele Was? Lol Ja ist der der Rest? Ja Oh Gott scheiße Warte mal ganz kurz ich hol mir mal kurz meine Stücke Wir haben irgendeine Trap hier hier Partie geht aber grad hoch ich hab mich an irgendeine Trap ich hab irgendeine Trap ich hab irgendeine Trap die beendet werden auch unten rein Pass auf dort Pass auf Oh pass auf Ach das ist Holz Ne weil es gibt eine Trap bei der ähm bei der setzt man Kaya Blöcke und verwandelt sie darauf hin ähm in dieses Grassland in dieses Farmland Da unten und dann verschwinden die trotzdem Ich voll aus in die Trap Wo sag mal wo sind die anderen? Ich versuche sie mal zu tracken Ich versuche sie mal zu tracken den kann man nicht tracken ich glaube die sind Chameleon Ja Randys So dann mach ich mich mal wieder hoch Die sind eh Chameleon oder? Aber die sind ja dann zu Ja dann warten wir einfach bis du Und der ist auch genervt smiley Nein Ich hab uns gefunden Ah ah Doppelpunkt D Ah 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 Oh man ich will nicht das eh dass ich jetzt aufhören und das ist dann zu gern gedauert Ja Kannst ja Kackner Wer du kannst auch hochkacken oder Erst Vielleicht bietet das dann einfach Ne Katz doch Weiß hat es so sehr schöner schönes Kommentarier weg Ja Ja das spielt einfach die uninteressanten Stellen hoch Okay Nein ich meine einfach Die von jetzt bis wir da sind Das spiele ich Achso ja okay Den Rest lasse ich so bis zu dieser Minute Okay Dann warten wir jetzt einfach Not to wait Not to wait Cause tracking zu spawnen Lass mal zu spawnen Ja gehen wir mal zum spawnen Tuchen wir mal den spawnen Spawn Spawn Wie geht's so Kabel ist vierte ich habe auch schon mehr lehren oder so wie es da als Million nicht so irgendwie als Bethverkleidung ist und ich dann oben auf die Glasplattform stellt es auf Höhe 28 bin ich keiner ich muss sie nur einmal tracken nein coolie ist cool einmal muss ich sie tracken bin Dorfbewohner okay wir wissen wo sie sind ach okay ey wir wissen wo sie sind beim Feast Dorfbewohner auf der Schmiede die ganze Zeit und der hat und der hat dann gesagt bin am Feast er hat gesagt er ist ein Dorfbewohner als Tipp so wo ist denn das Feast da ne doch hier hatten wir es warte wo war das Feast es war bei okay ich kann es gar nicht mehr sehen weil ich so oft gespammt habe ich auch oh ich hab meinen Kompass da weggeschmissen nein oh ist das verdammte kack fies das verdammte kack fies oh ich track die Machen ne ihr durchtrack dich ja ja wo war das Fies denn irgendwie 66 und ich track Eis so ich hab ein ich track grad Eis so echt auch GG ich mach nicht mehr rechts dick auch nicht M.A.G M.L.T. M.L.T. Water ich glaub da muss man gar nicht abspeeden außer vielleicht zu dem Zeitpunkt ja doch eigentlich schon aber zu dem Zeitpunkt vielleicht wo wir sie haben zu tracken ich weiß wie es einfach nicht schauen sie das einfach so an wenn ich könnte ja auch vorspielen wenn ihr wollt er er muss doch schon so wie ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ihn hallo oder es ist auch gut ausgerüstet ob es im Tod als er hat er raus geht es hat rausgegangen es ist nicht easy ich werde mal sagen wir brauchen wir haben oder anders dorfen oder hat auch und war der Chamäleon ja da war Chamäleon Leuchttach hat er ich glaube da oben ist dann einer oder hatte ich immer mal zum Fies ich weiß dass es beim Fies war das beim Fies war ein Dorfbewohner ja wenn du weißt wo es Fies ist ja ich weiß noch wo es Fies ist ich schätze ich und es ist zu vor allem die Vorhaben guter Freifeld die Fahrt ab hier also was geht es weiter vor dem Weg so kann sein muss ich alles unterspringen Ich wollte gerade nicht mehr schreiben, habe ich dann aber doch umentschlossen Also halt mal YouTube-Link-Posten Oh Oh, das ist er gar nicht Erstmal fett jeden Dorfbewohner Was bringt's gut? Oh Gott, tja, dass wir da wohl nicht gerne wissen Ja, ich glaub ich hab grad eben seinen Namen gesehen Echt? Wie doch nicht Lass mal hier einen Scott, lass mal hier einen Bewohner-Lol Ja Ist er nicht Ja, wir sind zum Mörder Uah Oho Oho Er sieht uns Als wenn wir Verstecken spielen würden Möchtet Oh lol Oh lol Der musste ja oben sein Warum? Oh lol, nee, sind Bäume Lol Gaut Das bringt nichts Das bringt nichts Hm Nee, nee Ah, hoh Ah, ich I don't know where he is Oh, I am no Oh man, warum nennt das so fair mit G? Ich weiß, wo er ist, glaub ich Wo? Oh, er ist hier Warte, nein, 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 bau nix ab Warte, es ist Lol Wo ist er denn? Ja, ich alles, ja Oh man Ich denk die Folge stimmt Die Suche nach dem Dorfbefilm Die Suche nach dem Villager Ja, Film Part 1 von 20 Ist er jetzt ne Schaf Dasляется doch so ne Es doctrine doch so une Domus Eurosik dahintet er spielen Icin fee Ja, put Ja ty Ich hab ihn gefunden, wir haben versteckt mit ihm gespielt Du warum alten Das war scharf Er war scharf Er hat uns vollvolgung Hat uns voll angelogen, ey Was macht, ey, hör auf Dez Savannah Alter Wals wars macht? Okay 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 der Begeber gibt allerdings hier haben akzeptiert ernein gibt mir Holz mit oder machte Druckplatte wir machen so aus der CT ich bringe einfach bei dem doch ein okay und das ist nicht hier okay da hat es direkt ist so ihr habt ihr ihr so aus der CT du gehst du siehst eine Rüstung aus weiß ich das Feuer hier rein du machst eh irgendwas anderes nee ja ich mach meine Rüstung auch ins Feuer rein aber der anzündet bekommt keinen Schaden du Bob äh natürlich kriegt der Schaden der anzündet das ist neu das echt ja ist so okay dann Druckplatte dann Druckplatte dann Druckplatte ja hast du eine Druckplatte dann machen sie jetzt so wir müssen aber auch beide drauf ne by the way und ich baue jetzt mal hier drüber so ja stimmt wir bauen unter uns einfach den Block ab okay ja komm dann hier ja warte ist das direkt da rüber ja und dann warte dann muss ich dann müssen wir das aber ne Wand bauen drumrum warte ich baue das mal woanders weil hier ist nicht so viel flat und warum haben wir jetzt unsere Rüstung weggeschmissen dann überleben wir das nicht ja natürlich wir sollen das auch nicht überleben klar klar wir machen doch kein Amity Water wir sprengen uns einfach in die Luft nein doch Amity Water machen wir ja nee aber du hast doch mal ein Slack bei dir na egal ist doch scheißegal ja ich werde das nicht überleben und du auch nicht mit deiner mit deiner Hose klar überleben wir schon nein überleben wir sicherlich nicht Alter nee ich mach da nicht mit wir wir machen es am besten warte hast du Amity dann machen wir einfach so Amity okay okay nee warte warum sprengen wir uns nicht einfach in die Luft nein weil das geht jetzt komm mal ein bisschen MG so Gott Alter ich werde das so verlieren du fängst einfach nicht du fängst einfach nicht du bist Stomper ich bin Stomper was bist du ich bin Scout ja genau ich bin Scout rein die Fresse nein hast du noch Blöcke äh nee ah doch zwei hab ich auf den Baum Amity Water ja warte von hier aus warte mach mal hier so ne kleine Brücke so dann müssen wir immer von warte schau mal nach von hier aus Amity Water runter machen das überlebt man oder? na egal ne eigentlich nicht oder? ok fängst du rein? ja easy 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 habt auch geschafft glaub das ist zu einfach für uns haha bist irgendwer verkackt haha 10 Stunden spät wuuuuh um ja kannst du sterben ne ok ne warte wir müssen das höher machen und du wärst eigentlich jetzt gestorben ich weiß ich halb oder wir müssen auch in den Luft springen haha ja ich sprengen wir uns auch in die Luft ja aber ohne Rüstung ne? zieht die Rüstung aus und ohne MLG ohne MLG mach ne Druckplatte wo er hat sie ne ich weiß ja die Rüstung weg ne Hose ok ok ist es wirklich so dass der der zu dir keinen Schaden kriegt? ja mach den mach mal ne Druckplatte warum setzen wir nicht einfach Lava oder sowas? daneben genau Lava Spiel das Lava Spiel hast du nur Lava Eimer? ja ein Wassereimer na egal konnte ich länger und wenn wir einfach Feuer daneben setzen dann setzen wir einfach Feuer daneben ok langweiligste Feuer langweiliges Feuer langweiligste Folge ever also ok hast du also ne Druckplatte? ja wir machen es aber so warte wir können es auch so machen du machst jetzt ne Wand rum ok und ich hab keinen Block ich setz Feuerzeug hier hin hab keinen Block los komm rein setz Druckplatte und wir gehen einfach gleichzeitig drauf warte komm ich stell uns meinen Block rein komm und spring 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 komm komm setz geht nicht setz oh komm ich kiel ja 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 von wegen der der das Auslust geht äh nur er macht ihm keinen Schaden ja mit dem Feuerzeug Timmove geschafft yay so das war's mit dieser Folge ich hoffe es hat euch gefallen obwohl die ein bisschen langweilig war ja aber nur ein bisschen also F5 Mlg und es geht nicht aus leeeeee ged 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 hofft hat euch die Folge gefallen mit diesem Standbild hier und bis mit diesem Standbild Vielen Dank.